test test 1 2 3 ich glaube ich bin drauf ja moin ja ich wollte nur bescheid sagen es wird erstmal keine flachland videos mehr geben sondern wieder bergland videos denn ich bin wieder im urlaub gewesen hier in der schweiz ich sag euch ich habe touren gefahren war der helle wahnsinn das wetter hat eigentlich super mitgespielt so viele schöne touren man das habe ich wieder alles gemacht ich hoffe ihr habt auch lust drauf auf diese bilder ich freue mich jetzt schon auf die ganze bearbeitung der ganzen bilder die ihr jetzt in den kommenden wochen sehen werdet ich hoffe ihr habt auch lust darauf ja und wo war ich in der schweiz bin ich hier arosa lenzerheide graubünden etliche touren große touren rennrad touren hoch zur hütte riesen panoramen gesehen tolle bilder eigentlich sehr gutes wetter gehabt leute da kommt was auf euch zu ich freue mich schon sehr auf diese videos weil ich hoffe ihr auch ja also denn hoffe ich dass es euch denn die kommenden wochen auch gefallen wird auch wenn das nicht ausschließlich holstein ist oder eine radreise es ist eigentlich so eine art vlog vom urlaub ich hoffe es wird euch auch gefallen mir wird es bestimmt gefallen also denn bis dann moin moin hier ist ja grüzi und tschüss hier wurde bestimmt noch mal ein paar bilder im voraus ja dann zeige ich euch mal hier das panorama was ich jetzt hier gerade habe und vielleicht noch ein paar bilder dazu also viel spaß dabei in den kommenden wochen da da ist es wahnsinn leute wahnsinn besser geht es nicht auch mal hier 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 ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020